143 Euro in 39 Minuten, 576 Euro in 2 Stunden, 1923 Euro in 3 Tagen, 4754 Euro in nur einer Woche. In diesem Video werden Sie ganz genau lernen, wie meine Schüler genau das machen. Menschen, die noch nie etwas mit Börse und Forex zu tun hatten. Menschen wie Sie und ich. Hausfrauen, Anwälte, Ärzte und Handwerker. Alle zählen Sie zu meinen Schülern und alle haben Sie nach den Infos aus diesem Video und der genauen Anleitung unter dieser Seite noch am selben Tag bis zu 973 Euro verdient. Hallo und herzlich willkommen zum Einstiegsseminar. Im Einführungsvideo habe ich Ihnen ein Konto eines Schülers gezeigt. Er hat mit 200 Euro Startkapital angefangen und in 7 Handelstagen daraus 4754 Euro gemacht. Sehen Sie die Videoausschnitte noch einmal im Zeitraffer. Er hat das Video selber am Computer gemacht und selbst die Überweisung des angeforderten Geldes von seinem Brokerkonto auf sein Bankkonto genau dokumentiert. Es ist das Ergebnis von einem meiner Schüler. Ein Ergebnis, das alle meine Schüler ohne Ausnahme erzielen. In diesem Video hier werden Sie alles lernen, was Sie brauchen, um sofort starten zu können. Und wenn Sie später einmal eines meiner Seminare besuchen, werde ich Ihnen noch weitere Tricks zeigen, um die Gewinne noch schneller zu maximieren. Hier sehen Sie einige Ausschnitte von einem Seminar, das ich neulich in Berlin abgehalten habe. Ausnahmslos alle Teilnehmer haben direkt am Seminar mit meinem Tipps mehr Geld verdient, als das Seminar selber gekostet hat, obwohl diese zugegebenermaßen nicht ganz billig sind. Wichtig für Sie ist allerdings im Moment zu wissen, alles was Sie wissen müssen, lernen Sie hier und jetzt innerhalb der nächsten 21 Minuten. Später werden Sie mehr und mehr lernen, aber fangen wir ganz vorne an. Binäre Optionen sind nichts Neues, sondern nur ein sehr stark aufkommender Trend. Man handelt mit binären Optionen im Prinzip alles, was an der Börse gehandelt wird. Aktien, Indizes, Rohstoffe und Devisen. Wir werden uns ausschließlich auf Devisen und Rohstoffe konzentrieren, da diese Märkte enorm groß, nicht manipulierbar und extrem liquide sind und weil wir damit einfach die Gewissheit haben, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Sicherheit und Stabilität steht an oberster Stelle, denn wir wollen Gewinne erzielen. Dazu sind wir da, darauf fokussieren wir uns. Kommen wir deshalb zur Anleitung, was Sie genau machen müssen, was Sie alles brauchen. Zum Start brauchen Sie zwei Dinge. Zugang zu einem Broker mit 60-Sekunden-Optionen und einen Profi-Chart, in denen Sie zwei wichtige Indikatoren einbauen können. Keine Angst, ich werde Ihnen alles ganz genau zeigen. Auch wenn Sie noch nie davon gehört haben, schaffen Sie das im Handumdrehen. Sie finden unter dem Video den Broker, den wir aktuell empfehlen. Dies muss nicht zwangsläufig immer der gleiche sein. Wir suchen immer die Broker heraus, welche die besten Konditionen anbieten. Bitte wählen Sie nur die Broker, die wir Ihnen hier empfehlen, da es auch in dieser Branche schwarze Schafe gibt, die zum Teil sogar gegen Sie handeln. Nur sehr wenige Broker bieten 60-Sekunden-Optionen an. Die meisten bieten lediglich Trades an, die zu einem bestimmten Zeitpunkt enden. Das hilft uns nicht weiter. Wir brauchen die Option der 60-Sekunden-Trades. Wenn Sie damit schon Erfahrung haben, sollten Sie jetzt umdenken. Was wir hier machen, kann man mit dem Backtest prüfen. Es funktioniert und ich werde Ihnen all das ganz genau zeigen. Was diese Broker leider meist nicht haben, sind Charts, in die man Indikatoren einbauen kann. Das ist schade, allerdings kein Hindernis für uns. Es gibt dafür Top-Anbieter. Wenn Sie Metatrader nutzen, haben Sie die Charts und Indikatoren. Wenn Sie das nicht kennen, empfehlen wir Ihnen nun Folgendes. Eröffnen Sie ein Trading-Konto bei eToro und laden Sie einmalig 50 Euro auf. In einem separaten Video zeige ich Ihnen, wie sich das Geld automatisch vermehrt und Sie nach einigen Wochen, ohne einen einzigen Finger zu rühren, einige hundert Euro zurückbekommen, dazu aber später. Wichtiger ist zu verstehen, dass Sie mit einem Echtgeldkonto einen Profi-Chart bekommen, mit dem Sie richtig gut arbeiten und die einfachen und kinderleichten Entscheidungen treffen können. Den Link zu eToro finden Sie unter dem Video. Die Anmeldung ist ganz einfach und in weniger als zwei Minuten erledigt. Laden Sie einmalig 50 Euro auf und schon haben Sie einen Profi-Chart auf Lebzeiten. Damit haben wir schon alles zusammen. Jetzt können wir direkt in die Materie reingehen und dazu machen wir uns beim Broker mit den Funktionen vertraut. In diesem Fall hier haben wir uns für die Bonk de Suisse entschieden. Wenn man eingeloggt ist, gibt es verschiedene Möglichkeiten, binäre Optionen zu handeln. Uns interessieren nur die 60-Sekunden-Trades, da diese am einfachsten zu berechnen sind. Alles andere lassen wir erst einmal außer Acht. Und nun ist es ganz einfach. Klicken Sie auf die Option 60 Sekunden. Sie sehen nun den kleinen Chart und die Optionen Put und Call. Call bedeutet, wir setzen auf einen steigenden Kurs. Put bedeutet, wir setzen auf einen fallenden Kurs. Das ist einfach zu merken. Der obere Button bedeutet, dass der Kurs steigen soll. Der untere, dass er fallen soll. Kurse ändern sich im Sekundentakt. Die einzige Frage ist, wohin? Wer weiß, wohin sich der Kurs entwickelt, kann unendlich viel Geld verdienen. Eben genau das, was die Broker an der Wall Street machen, die jedes Jahr mehrere Milliarden Dollar unter sich als Bonus verteilen. Also nichts Außergewöhnliches, sondern nur etwas, das sie bisher noch nicht wussten. Bevor wir nun hier weitermachen, wechseln wir hin zum Konto von eToro, wo wir den Profi-Chart zu einem x-beliebigen Währungspaar öffnen. Am besten sind Währungspaare, die viel gehandelt werden, wie Euro, Dollar, britischer Pfund und Yen. Hier nehmen wir nun als Beispiel mal Euro, Dollar. Bitte jetzt einmal genau beachten, was ich mache und bitte notieren Sie das. Es erscheint vielleicht im ersten Moment kompliziert, ist aber super einfach. Wir haben hier die Candlestick-Charts und wählen die Ein-Minuten-Charts aus. Das ist wichtig, da wir ja auch mit den 60-Sekunden-Optionen handeln. Dann brauchen wir einen sogenannten Indikator. Dieser gibt uns einen Hinweis darauf, was wir als nächstes tun sollten. Wir wählen hier die Bollinger Bands. Wenn Sie das anklicken, sehen Sie sofort auf dem Chart drei Linien. Eine obere Linie, eine mittlere Linie und eine untere Linie. Für uns ist nur die obere und die untere Linie relevant. Ab jetzt wird es super interessant, denn Sie sehen, dass der Chart sich immer zwischen diesen Linien bewegt und damit haben wir jetzt eine perfekte Ausgangssituation. Passen Sie auf! Der Weg ist einfach. Immer wenn der Chart die obere Linie berührt, setzen wir auf einen fallenden Kurs, da wir davon ausgehen, dass sich der Markt weiterhin innerhalb dieser Linien bewegen wird. Wenn der Chart die untere Linie berührt, gehen wir davon aus, dass bald eine grüne Kerze folgen wird was bedeutet, dass der Kurs steigen wird. Damit kaufen wir und werden einen Gewinn erzielen. Wichtig sind nun auch Charts mit viel Bewegung. Was wir dringend vermeiden sollten, sind enge Kanäle und Charts, die nur minimale Bewegungen aufweisen. Deshalb empfehle ich Ihnen nur dann zu traden, wenn am Markt viel los ist. Montag bis Donnerstag vormittags und von 15 bis 21 Uhr sind top. Freitag kann gut sein, allerdings wird es dann meist schon gegen 18 Uhr ruhiger. Wir suchen Charts mit viel Bewegung und hier ein Beispiel aus der Praxis. Hier haben wir das Währungspaar Euro-Dollar im Profichart von eToro vor uns. Als erstes wählen wir die Timescale, also die Zeitangabe, in der der Chart aktualisiert wird. Wir wählen eine Minute. Dann gehen wir auf die sogenannten Studien, die Studies und wählen unseren Indikator aus. In unserem Fall wählen wir die Bollinger Bands. Klicken Sie drauf und schon sehen Sie im Chart die bereits angesprochenen Linien, die uns jetzt ganz genau sagen werden, wann wir was zu tun haben. In den 1-Minuten-Charts gibt es für jedes Währungspaar hunderte solcher Signale jeden Tag. Für jedes Währungspaar. Profis, die Routine haben, können ohne weiteres mehrere hundert Trades pro Tag platzieren. Nun ist es soweit. Die grüne Kerze berührt fast die obere Linie der Bollinger Bands und das ist ein Verkaufssignal für uns. Wir wechseln rüber zu unserem Broker, gehen auf die 60-Sekunden-Trades, prüfen das Währungspaar, prüfen den Betrag, wir fangen mit 5 Euro an und gehen auf Down, Putt, Sell oder Verkaufen, setzen also auf einen fallenden Kurs. Klicken auf Start, bestätigen es und warten ab, was passiert. Damit wir jetzt nicht eine Minute zusehen müssen, spule ich etwas vor, zu den letzten 5 Sekunden. Der Trade läuft nun aus und das Ergebnis ist, wie zu erwarten. Wir haben gewonnen und damit schon Geld verdient. Perfekt gelaufen, machen wir gleich weiter. Der Chart zeigt uns immer noch, dass wir auf einen fallenden Kurs setzen können. Wir gehen zum Broker, prüfen das Währungspaar, legen den Betrag von 5 Euro fest, klicken auf Down oder Putt, je nach Broker ist das verschieden. Wir verkaufen also und setzen auf einen fallenden Kurs, bestätigen und warten ab. Ich spule wieder vor zu den letzten Sekunden. Nun ist das passiert, was vorkommt. Wir haben nicht gewonnen, sondern verloren. Das ist normal und wird der ständiger Begleiter sein. Damit wir allerdings daraus einen Gewinn machen, verdoppeln wir den Betrag auf 10 Euro und wiederholen den Trade so schnell wie möglich. Es sollte dazwischen so wenig Zeit wie möglich verstreichen. Ich bestätige und wir warten. Ich spule wieder etwas vor. Sie können immer die Daten in der Zeile vergleichen, um sicher zu sein, dass es sich nach dem Vorspulen noch um denselben Trade handelt. Und das Ergebnis? Gewonnen! Nun haben wir 17,50 Euro gewonnen und sind damit wieder im Gewinn. Schauen wir uns weitere Beispiele an. Hier ist der Chart von Dollar und Yen. Wieder wählen wir den 1-Minuten-Chart aus und bei den Studien nehmen wir die Bollinger Bands. Schon sehen wir, dass es selbst in den letzten 60 Minuten zig Einstiegsmöglichkeiten gab und wir sehen, dass sich der Kurs an die untere Linie ran bewegt. Damit haben wir ein Kaufsignal, was wir sofort umsetzen. Wir gehen zum Broker, wählen das Währungspaar aus und klicken dann auf Up oder Call oder Kaufen. Je nach Broker heißt das anders. Wichtig ist, wir setzen auf einen steigenden Kurs. Der Trade läuft, ich spule wieder etwas vor. Wir haben verloren und nun wissen Sie schon, was es zu tun gibt. So rasch wie möglich den Trade mit 10 Dollar wiederholen und weiter geht's. Ich mach das mal schnell. Der Trade ist platziert und ich spule wieder vor, damit wir hier nicht die Zeit mit Warten vergeuden. Der Trade läuft aus und wie zu erwarten haben wir gewonnen und damit wieder gewonnen, denn trotz des Verlustes des ersten Trades sind wir nun wieder in der Gewinnzone. Wir haben 15 Euro eingesetzt und 17 Euro zurückbekommen. 2 Euro in 2 Minuten. Kein schlechtes Ergebnis, würde ich sagen. Schauen wir uns gleich ein anderes Währungspaar an. Hier ist das Währungspaar britische Pfund, Dollar. Wieder legen wir den 1-Minuten-Chart fest, machen die Bollinger-Bands als Indikator hinein und finden sofort ein klares Kaufsignal. Wir gehen zum Broker, legen das Währungspaar fest, legen den Betrag fest, klicken auf Call oder Kaufen oder Ab, bestätigen und warten. Eine Minute später haben wir schon wieder 3,25 Euro gewonnen. Perfekt gelaufen. Man kann den Trade dann sofort wieder mit 5 Euro wiederholen, da im Chart immer noch ein klares Kaufsignal besteht. Fassen wir zusammen und halten fest. Wir suchen Charts mit viel Bewegung und langen Kerzen im 1-Minuten-Chart. Unser Indikator sind die Bollinger-Bands und wann immer einer der oberen oder der unteren Linien berührt wird, haben wir ein Signal. Stoßen die Kerzen oben an, verkaufen wir. Setzen also auf einen fallenden Kurs. Stoßen sie unten an, kaufen wir. Setzen also auf einen steigenden Kurs. Verlieren wir den Trade, verdoppeln wir den Einsatz auf 10 Euro. Nun kommt es vor, dass man auch den zweiten Trade verliert. Ich habe für dieses Video heute keinen solchen Trade einfangen können, weshalb ich es Ihnen nicht zeigen kann. Aber wenn Sie den 10-Euro-Trade auch verlieren, setzen Sie im dritten Fall 25 Euro. Sollte der extrem seltene Fall eintreten, dass auch der verloren wird, setzen Sie einfach 50 Euro. Diesen zu verlieren, grenzt schon an extrem unwahrscheinlich. Blättern Sie die Charts durch und schauen Sie sich die Kerzen an. Wann immer die Kerzen zum Beispiel das untere Ende berühren, folgen so gut wie nie mehr als drei weitere rote Kerzen. Dies zeigt auch, dass man damit immer richtig liegt und es nur eine Frage der Zeit ist, wie viel Geld man verdient. Am Anfang sind es vielleicht 50 bis 100 Euro in der Stunde. Sobald Sie etwas Routine entwickeln, sind es schnell 200 bis 400 Euro in der Stunde. Auf meinen Seminaren werde ich Ihnen dann zeigen, wie Sie mit zwei weiteren Indikatoren und anderen Einsätzen den Gewinn locker verzehnfachen können. Solche Signale entstehen jeden Tag zigfach und ich zeige Ihnen genau, wie das geht. Jetzt lernen Sie erst einmal, die Bollinger Bands perfekt einzusetzen und Sie werden damit sehr gutes Geld verdienen. Ich möchte Ihnen nun noch ein paar Charts zeigen, damit Sie ein besseres Gefühl bekommen. Etwas später an diesem Tag habe ich folgenden Chart eingefangen. Es ist ein 1-Minuten-Candlestick-Chart und wenn Sie sowas sehen, dann merken Sie schnell, dass es schwierig wird, hier ein klares Signal zu erkennen. Hier vorne wäre eventuell eine Möglichkeit gewesen, aber generell ist es ein enger Kanal mit wenig Bewegung und wenig klaren Signalen. Wenn der Kanal so eng ist, lassen wir lieber die Finger davon, denn es gibt viele andere Währungspaare, die uns viel bessere Gelegenheiten bieten. Wir merken uns, enge Kanäle werden vermieden. Deshalb gehen wir gleich weiter zum nächsten Chart. Hier haben wir einen Chart, in dem einiges los ist und wir sehen ganz hinten die rote Kerze, die sich der unteren Linie nähert. Raten Sie mal, was ich jetzt gleich machen werde. Wenn Ihr erster Gedanke jetzt kaufen, also auf einen steigenden Kurs zu setzen war, möchte ich Ihnen schon einmal herzlich gratulieren. Sie haben alles verstanden. Perfekt! Lassen wir aber die rote Kerze noch ganz nach unten kommen und die Zeit nutzen, diesen Chart etwas genauer anzuschauen. Lassen Sie uns prüfen, wie viel Geld hier zu verdienen gewesen wäre. Hier vorne war ein klares Kaufsignal, bei dem man locker zwei- bis dreimal in Folge hätte einsteigen können. Dann bewegt sich der Kurs hier um die mittlere Linie herum. Das bedeutet für uns abwarten. Später kommt er an die obere Linie heran und obwohl da ein paar Verlusttrades dabei gewesen wären, hätten wir doch immer noch nach dem zweiten bis vierten Trade einen Gewinn mitgenommen. Und so weiter. Nun hat sich der Chart verändert. Wären wir eingestiegen, hätten wir gewonnen, wie man an der grünen Kerze sehen kann. Inzwischen ist mir aber die Kerze zu nah an der mittleren Linie, weshalb ich ein anderes Währungspaar aussuche. Gehen wir auf Dollar-Yen und warten kurz ab. Hier kommt nun unser Signal. Der Kurs ist an der unteren Linie. Noch nicht ganz dort, aber für mich ganz okay zum Einsteigen. Ich gehe zum Broker, wähle das Währungspaar, lege den Betrag fest und kaufe. Wir spulen wieder etwas vor und wie zu erwarten, haben wir gewonnen. Ist das nicht verrückt einfach? Nun klären wir ein paar wichtige Fragen. Erstens ist wichtig, dass Sie mit mindestens 200 Euro starten, damit Sie im extremsten Fall auch in der Lage sind, fünf Trades hintereinander zu platzieren. Vermutlich wird Ihnen das nie passieren. Mir ist das in den letzten vier Monaten nur ein einziges Mal passiert. Sie sollten aber darauf vorbereitet sein. Es ist kein Problem, sich schon nach zwei oder drei Tagen wieder einen Teil auszahlen zu lassen. Wichtig ist nur, dass man von Anfang an alles komplett und absolut richtig machen kann. Zweitens ist oft die Frage des Charts im Raum. Ohne Profichart geht gar nichts. eToro ist die einfachste Variante, da man das Konto in zwei Minuten eröffnen kann und mit nur einer einmaligen Aufladung von 50 Euro auf Lebzeiten einen Profichart hat, den man ewig nutzen kann. Ich zeige Ihnen in einem anderen Video zu einem späteren Zeitpunkt, wie Sie das Geld auch für sich arbeiten lassen können und daraus locker einige hundert Euro in ein paar Wochen werden. Wenn Sie einen anderen Chart haben, ist das perfekt. Wichtig ist nur, dass er absolut akkurat ist. Vergessen Sie irgendwelche kostenlosen Dinger, die es da gibt. Diese Dinger sind nicht akkurat und nicht genau. Oft haben Sie zwei bis fünf Minuten Verzögerung drin. Absolut tödlich für das, was wir hier machen. Stellen Sie sicher, dass Sie einen Profichart haben. Nur dann können Sie hier den maximalen Gewinn erzielen. Drittens empfehle ich Ihnen vor dem ersten Trade wirklich alles genau anzuschauen und sich mit dem Chart und der Benutzeroberfläche vertraut zu machen. Sie müssen in der Lage sein, schnell die Klicks in Folge zu machen, ohne dass Sie suchen, wo was ist. So wie ein Signal steht, muss gehandelt werden. Nur dann wird hier richtig viel Geld verdient. Viertens kommt oft die Frage, ob man die Gewinne denn auch versteuern muss. Ja klar müssen Gewinne versteuert werden, aber wenn Sie pro Jahr 30.000 Euro mehr Steuern zahlen, bedeutet das auch, dass Sie mindestens 30.000 Euro mehr Geld in der Tasche haben. Bitte kontaktieren Sie dazu aber einen Steuerberater, weil ich hier aus rechtlichen Gründen keine Steuerberatung geben darf. Ich möchte nur ganz dringend davon abraten, Steuern zu hinterziehen. Tun Sie das nicht. Auf meinen Seminaren weise ich immer darauf hin, dass man sehr viel besser schläft, wenn alles korrekt abläuft. Fünftens haben Sie noch mehr Fragen. Auf allen Webseiten finden Sie am unteren rechten Ende der Seite den Live-Support, wo entweder direkt jemand im Chat antwortet oder Sie eine kurze Nachricht an uns senden können, die wir dann direkt beantworten. Nutzen Sie den Support. Meine Leute sind top ausgebildet und werden all Ihre Fragen so rasch wie möglich beantworten. Nun einen Trick, um zu vermeiden, dass Sie vier bis fünfmal den Betrag verdoppeln müssen. Vermeiden Sie unbedingt Zeiten zum Traden, an denen die Märkte eröffnet werden. So ist 9 Uhr am Morgen ungünstig, dann 3 Uhr am Nachmittag oder aber auch in der Nacht, wenn der japanische Markt eröffnet. Wenn Märkte aufmachen, kommt es oft zu kurzfristigen Kursschwankungen. Diese können dann ungünstige Chartbilder verursachen. Warten Sie einfach ca. 20 bis 30 Minuten ab. Gibt es keine Schwankungen, können Sie dann locker und ohne Sorgen einsteigen und werden gute Gewinne erzielen. Sie finden weiter unten auf der Seite noch ein Schulungsvideo, wo ich auf den Chart und die Bollinger Bands als Indikator noch einmal sehr genau eingehe. Bitte sehen Sie sich das Video auch an, falls Sie noch denken, etwas nicht verstanden zu haben. Was sind nun Ihre nächsten Schritte? Ganz einfach. Klicken Sie auf den Banner zum Broker unter diesem Video und eröffnen Sie ein Konto. Alles ist online und komplett ohne Papierkram möglich. Einfach Daten eingeben, prüfen, ob sich auch keine Fehler eingeschlichen haben und abschicken. Anschließend kann man direkt Geld aufladen und loslegen. Für den Profi-Chart empfehlen wir Ihnen eToro oder den Chart Ihres Forex Brokers. Den Link zu eToro finden Sie ebenfalls unter dem Video. Schnuppern Sie dann hinein und machen Sie sich mit allem vertraut. Ich bin davon überzeugt und wette darauf, dass Sie spätestens, nachdem Sie fünf Charts angeschaut haben, den ersten Trade platzieren können, weil Sie jetzt schon alles verstanden haben und nur noch eine Kerze brauchen, die einen Bollinger Band berührt. Und damit können Sie ab jetzt jeden Tag bares Geld von zu Hause aus am Computer verdienen. Nun stelle ich Ihnen einige meiner Seminarteilnehmer vor. Hier jeweils nur ein Kommentar von einigen der Teilnehmer des letzten Seminars in Berlin. Die vollständigen Aussagen und Berichte finden Sie weiter unten auf der Seite oder bekommen Sie per Mail in den kommenden Tagen zugesendet. Aber hier ist es so einfach. Ich kann das von zu Hause machen, vom PC aus muss ich rausgehen, muss niemand irgendwas aufspatzen. Das ist so super. Meiner Meinung nach sollte sich das jeder einfach mal anschauen. Denn einfacher geht es nicht. Also das glaubt mir zu Hause kein Mensch, weil das hier ist wirklich der Hammer. Einfach nachvollziehbar und absolut jeder kann hier sofort Geld verdienen. Und am Nachmittag haben wir gelernt, wie wir sogar mehr verdienen können, als wir für das Seminar bezahlt haben. Meine ersten Euro habe ich innerhalb der anderthalb Stunden verdient, wo ich mir alles angeguckt habe und der Anleitung genau gefolgt bin. Die ersten 80 Euro habe ich gleich nach zwei Stunden verdient. Und da war ich sofort süchtig. Ich bin dann erst mal zwölf Stunden nicht vom Computer weggekommen. Wir haben gleich alles anwenden können. Das heißt, ich habe bei dem Seminar mehr Geld verdient, als das Seminar selbst gekostet hat. Und das Ergebnis war, ich bin zweimal von dem Geld im Urlaub gefragt. Einmal nach Miami und einmal nach Kanada. Aber heute lache ich, weil mir das Tränen einfach sehr großen Spaß macht und weil es etwas ist, das wirklich funktioniert. Die Frage ist jetzt nur noch, wie schnell Sie wie viel Geld verdienen wollen und wann Sie damit starten werden. Wenn Sie noch Fragen haben, hilft Ihnen unser Support gerne weiter. Sehen Sie sich auf der Webseite auch um. Weiter unten habe ich einige Charts als Beispiel etwas analysiert. Sie werden merken, dass es wirklich kinderleicht ist. Ich werde Ihnen die Tage dann auch die aktuellen Seminartermine zukommen lassen und würde mich freuen, wenn ich Sie bald als erfolgreichen Trader auf meinem Seminar begrüßen könnte. Abschließend zeige ich Ihnen noch im Zeitraffer, wie man Schülern sieben Tagen über 4.500 Euro verdient hat und verlieren Sie allerdings nicht zu viel Zeit, denn das Geld wird beim Traden verdient. Ich wünsche Ihnen nun viel Erfolg und alles Gute! Ihr Norbert Nein, ich würde Ihnen jetzt mal